Musik Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends Heute mit, heute mit, den 5 besten Community Einsendungen von euch Also von RSDS, Rabbids sucht den Super Dragon Ball Legends Spieler Heute ist es soweit Soll man sagen, ich kann jetzt nicht sagen, das sind die 5 besten Community Mitglieder Denn das sind einfach die 5 besten Gameplays, die wir uns heute ansehen Die mir zugeschickt wurden Also alle, die sich getraut haben, das sind jetzt die 5 besten Wenn du nicht dabei bist, keine Angst, du bist trotzdem richtig nice Lass dich da jetzt nicht verunsichern oder so Aber ich musste mich für 5 entscheiden Eines kann ich euch sagen Zum Glück muss ich nicht entscheiden, wer RSDS gewinnt Zum Glück muss ich das nicht entscheiden Es ist verdammt schwer und es ist verdammt geil anzusehen, was ihr hier macht Wir starten noch, wie ihr seht, mit WHKilua Ich werde am Ende des Videos eine Abstimmung machen Mit 1, 2, 3, 4, 5 Mit den jeweiligen Namen der Leute Und dann könnt ihr abstimmen Wer ist der Beste von diesen 5 Community Mitglieder Wer, Hasen, Kämpfern Ganz, ganz wichtig Und derjenige, der dann am besten ist Oder wo du meinst, das Gameplay war das Beste Oder wo du meinst, von dem kann ich am meisten lernen Ja, dann stimmt für den ab Denn derjenige wird bei mir gemeinsam Wenn er es kann, irgendwie mit Mikrofon und so weiter Müssen wir gucken, ne Ein Video aufnehmen Wie das Ganze funktioniert Wie er die ganzen Techniken einsetzt und so weiter Wir beginnen mal jetzt auch mit WHKilua Als ersten Kandidaten sozusagen Also Start Nummer 1 Ich muss das nebenbei mal aufschreiben Dass Kilua der Erste ist WH vor dem Namen Ehrenmann Das muss man so sagen Kilua ist Start Nummer 1 In der Abstimmung dann, ne Merkt euch schon mal 1 für Kilua Wenn ihr meint, der war am besten Oh Leute, oh Leute Ich kann euch sagen Es war der Oberhammer Ich habe so viel unglaublich geiles Gameplay gesehen Und ich habe mitgefiebert, ne Dann guckt euch jetzt mal WHKilua an Bitte nebenbei Und während ich mir eure ganzen Gameplays angesehen habe Dachte ich mir nur Alter Wir brauchen endlich ein Turnier Ja, wir hatten schon mal eines Aber das Problem ist Dragon Ball Legends Schafft es einfach nicht Mal gucken, was er da macht Mit diesem Gohan By the way, ne Alter Alter Wie gesagt Ich könnte mich nicht entscheiden Wer hier gewinnt Ähm Soll ich jetzt sagen Ja genau Ich will unbedingt ein Turnier machen Auch da hat man gerade ein Internetproblem Habe ich schon gesehen im Video Ist immer nur einmal passiert Keine Angst Ähm Soll ich jetzt sagen Turnier Turnier Leute Solange ich euch nicht so wie hier jetzt Bei diesem geilen Video Zugucken kann Macht ein Turnier keinen Sinn Oh das finde ich auch so geil von Bojack Dass er Ich muss sagen Den einen wegfeuert Um den Gegner wegzuschleuern Ist richtig geil, ne Oh, oh, oh Und der Konter von Leggeto Seine Spezialfähigkeit Ist ziemlich geil Er kann den Gegner wegtreten Wenn er mit einem Strike Attack angegriffen wird Weil ich feier das so hart Ne Goa Ausweichen Zack Drauf Jetzt nach vorne dashen Key sammeln Schlagangriff Jetzt ist es so geil Nach vorne dashen Sidestep Schlagangriff Alter Guck den Demo schon Nach vorne steppen Hauptfähigkeit einsetzen Hat er gar nicht Hat er doch gar nicht Hat er schon Hat er schon Alter Spezialangriff Zack Down GG WG zu Hast einfach keine Chance Gegen einen Super Saiyajin Zwei Gohan Darauf wurde er schön Abgewartet Bis der Gegner ausweicht Zurück wechseln Auf Bojack Nah ran Sidestep Keyblast drauf Energie sammeln wieder Um noch eine Karte zu ziehen Nächster Strike Attack In Golden Freezers Phase Ran stürme Den normalen Angriff Zack Strike Attack drauf Wer guckt euch die Scheiße an Ich krieg die Tür nicht zu Bei euren Gameplays Dragon Ball Legends Baut es endlich ein Verdammte Scheiße Dass man zugucken kann Einen Spectator Modus Das ist nicht schwer Fortnite hat das Clash Royale hat das Zum Beispiel So viele Spiele haben das Wir brauchen das Ich will Turniere machen Mit fetten Preisgeldern Sponsoren suchen dafür Und so weiter Und so weiter Ich hab so hart Bock Auf Turniere Wenn ich mir eure Gameplays Ansehe Das war es leider komplett Für Gogeta Aber Gohan lebt Und ihr wisst Wenn Gohan lebt Ist alles GG easy Freezer stürmt auf ihn ran Und das war es GG easy Gohan haut hart rein Und ihr seht es auf jeden Fall gleich Ich drücke mal auf Pause Denn Es muss ein echter Ranglistenkampf sein Habe ich euch gesagt Hat er geschafft Hat er gewonnen GG Unser erster Kandidat W.H. Killua Kommen wir nun zum zweiten Unser zweiter Kandidat Heißt eigentlich Mezzo So wie er hier Ingame heißt Leute Das geht nicht Benenn dich bitte um A Ist das ein ziemlich dummer Name Und B Da steht kein W.H. Vor dem Namen Was ist los mit dir Für jeden Fall Kandidat Nummer 2 Ich nenne ihn so Wie er mir das Video zugeschickt hat Mezzo Nicht das was da steht Was ich nicht mehr aussprechen Wäre Leute Das muss nicht sein Okay Aber Es war ein richtig geiles Gameplay Wir spulen ein bisschen vor Ins Video Wir sehen übrigens Rang 50 Er weiß also vielleicht Was er tut Er spielt gegen Black Einen sehr guten Namen By the way Nein das bin nicht ich Wir spulen ein bisschen vor Bis wir im Video sind Zack Zack Los geht's Viel Spaß mit dem Gameplay Von Mezzo Was er macht Was ich auch immer Machen sollte am Anfang Ist erstmal zurück gehen Erstmal einen Schritt zurück Das ist immer eine gute Idee Und auch Er spielt hier Übrigens mit Dem richtig geilen Vegeta Im Super Saiyajin Verwandlung Plus Gohan Natürlich Gohan muss immer sein Und dem grünen Goku Unserem Verteidiger Man guckt es an Nach vorne Steppen Er macht alles so richtig Er macht alles so richtig Hier warten bis der Gegner ausweicht Wechsel zurück auf Gohan Fliegt nach vorne Sides Der Gegner wechselt leider auf den roten Gohan Ist ihm scheißegal Er greift weiter an Geht ein bisschen zurück Jetzt setzt er die grüne Karte ein Um den Gegner wegzuschleudern Leider war der gegnerische Spieler schneller Also konnte er ihn nicht wegschleudern Mit der grünen Karte von Gohan Wechselt zurück auf Goku In den Verteidigungsmodus Sozusagen geht er nun Denn dieser Goku Erleiht Wie ihr seht Extrem wenig Damage Selbst von einem Super Saiyajin Zwei Gohan Und jetzt Uuuuh Fuck Leider konnte er da nicht mehr ausweichen Da er gerade im Blast Attack war Und der gegnerische Gohan Könnte es richtig hart reinhauen Aber ihr seht Guckt er diesen Goku an Er hat nicht viel Damage genommen Was wir aber auch sehen Beim Goku hier Er macht nicht viel Damage Deswegen sage ich Wenn du auf den Goku wechselst Geht er auf den Verteidigungsmodus Unser Mezzo Alter Du heißt Mezzo Okay Benenn dich um Alter Da kriege ich die Tür nicht zu Oh Oh Gefällt 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 beim Ausweichen Kann Gohan das Nein Gohan wechselt auf Gohan Ne Gohan gegen Gohan Übrigens der generische Gohan Mit dem roten Outfit Bin ich auch ziemlich nice Ah Erst bei Damage Ist noch nicht so schlimm Denn er leidet Er leidet ja weniger Damage Wenn er eingewechselt wird Das ganze bis zu zweimal Kriegt aber die Attacke rein Ah tut ein bisschen weh Aber wie ihr seht Könnte ja schlimmer sein Könnte schlimmer sein Hat er jetzt nicht so hart gekratzt Gegner wechselt auf den roten Gohan zurück Sehr gute Idee Oh Er schleuert ihn weg Diesmal hat er es geschafft Habt ihr gesehen Grüne Karte eingesetzt Gegner weggeschleudert Wechselt auf Vegeta Wow der Damage Alter der Damage Der Damage setzt die Hauptfähigkeit ein Drückt auf die Spezialfähigkeit Das könnte es gewesen sein für Gohan Wow Harter Damage Und leider überlebt der Gegner Das ist so richtig nervig Wenn ein Gegner mit so wenig Leben überlebt Aber er kann einfach in die Fresse hauen Und das war es Mit dem roten Gohan Ziemlich schade Am roten Gohan feige ich By the way extrem Rising Rush Er kann nicht ausweichen Was macht der? Er ist jetzt auch Rising Rush ein So muss das sein Wer jetzt höher tippt Und das war er Hat sozusagen Den Rising Rush Kampf gewonnen Ist also Eine gute Möglichkeit Kann man sagen Also ich kann es euch nur empfehlen Finde ich ganz geil Die Idee ein Rising Rush Mit dem Rising Rush zu kontern Ist eine geile Idee Kann man auf jeden Fall machen Leute guckt euch diesen Kampf an Hauptfähigkeit Oh Wechselt auf Gohan zurück Gengidama kommt Wird eingesaugt Um den Super Saiyajin zu aktivieren Geht ein Zentimeter ran an Gohan Hau den mal so richtig hart rein Wunderschön Wunderschön gemacht Zurück auf den gelben Gohan Weil extrem powerful Grüne Goku wie gesagt Ist nur dafür da Um eben Zu verteidigen Oh reicht das noch? Trifft er noch? Grüne Gohan Ist down Ich liebe diesen gelben Gohan Ich bin so froh ihn zu besitzen Den roten habe ich ja leider nicht Was für mich ziemlich scheiße ist Oh oh gehen Hargut ausgewiegen Kann dann noch was reißen Oh wechselt Zurück auf den Gw gut ausgewicht gut ausgewicht kann man echt nicht meckern und man sieht es ist ja sehr fair geben den verteidigungsmodus wechseln zurück auf goku und so hier wo das wegen zack in your face leider wie gesagt nicht viel der mensch geht nach vorne und wechselt auf goku gohan und mit dieser wunderschöne attacke wird auch den nächsten gegner löschen gohan gelöscht zweiten gohan gelöscht zack nice richtig geiles finish von unserem mezzo mit gohan feier ich liebe ich mir guck mal ob es ein rangwiesenspiel war ja hat punkte zu bekommen alles easy passt perfekt das war unser platz nummer zwei so leute kommen uns unseren dritten kandidaten muss man gerne aufschreiben w h leggi ist nun dran der zweite wehrhase so muss das sein ich nenne aber ich nenne aber nur leggi und er ist unser kandidat nummer drei ihr merkt schon wenn ich kommentiere diese ganzen games wir drücken mal drauf er ist rang 39 by the way zack abspielen also vorspielen wollen wir noch in den kampf rein um den kampf nur zu sehen aber wie gesagt ich habe gesagt man muss das vor mit aufnehmen und was ich genau was ich bei ihm hier gefeiert habe leute guckt euch dieses team an was er spielt guckt euch genau an er spielt das old school team was ich auch früher mal gespielt habe und sehr viele andere das richtig harte old school team der gute alte blaue sparking bardock mit dem blauen gogeta und dem lila brodie das hat man früher immer gespielt warum ist der lila brodie dabei damit man einen counter hat gegen grüne generische helden weil du spielst mit zwei blauen helden gogeta bardock ist bisschen schwierig deshalb ist mit dabei unser brodie um eben die grünen helden auszukommen und guckt mal wie gut er spielt damit man merkt er spielt auf jeden fall schon sehr lange dieses team und was wir sehen bisher es kann super mithalten mit den neuen gegnern sagt auf rock geht da gewechselt in den super saiyajin schafft er auszuweichen ja und bämm in your face vom kleinen kleinen süßen hit die ciao mit au weil ich liebe sowas zu kommentieren wir brauchen den turnier modus so solche gameplays zu sehen ist für mich ein highlight ihr wisst ich bin ich der beste spieler ist mir auch komplett scheißegal es geht um die unterhaltung von dem kanal aber wenn ich mir solche gameplays ansehe ich habe so bock drauf noch viel viel mehr davon zu sehen jetzt der herstande gegner an setzt die hauptfähigkeit ein vom bardock um ihn noch richtig schön rein zu drücken eine wunderschöne animation by the way ins gesicht richtig sein ich mag den bardock ich mag den bardock wechsel zurück auf brodie oder neben der neben kann auch ausweichen nein das tut guter damage vom generischen bojack der auch sehr sehr mächtig ist aber wie gesagt ich fand das team hier bei eben richtig krass das team fand ich am krassesten muss ich ehrlich sagen oh rising rush gefressen kann brodie das überleben jetzt muss er gut darauf achten welche er hat nur noch ein leben er hat richtig geraten er hat richtig geraten und nur noch ein leben er kämpft hier gerade mit einem sehr nervigen ein leben brodie da war gerade internet lag gehabt der spieler an key angesammelt wieder randash key angesammelt zack ich bin nicht so gut vorbereitet heute nack auf angriff drauf spezialfähigkeit eingesetzt war es das schon mit vegeta war es das schon brodie schreit ihn an knapp überlebt aber brodie lebt noch immer guckt euch an was er macht mit einem einzigen leben er hat nur ein leben ein tippschuss und er ist down wechselt aber rüber jetzt auf bardock logischerweise sonst wird jetzt gestorben wechsel auf kogeta um den crit damage von bardock mitzunehmen ist er die passive von bardock dass wenn du auf einem anderen seien wechselt und dass er dann viel mehr kritisiert und das war es mit bojack ich feiere dieses gameplay hat nicht nur weil gut gespielt sondern auch weil ein oldschool team guckt einmal ob es ein ranglisten kampf war sieg ja punkte zubekommen passt denn nur im ranglisten match weiß ich dich ihr bescheißt mich nicht richtig geil gespielt richtig geiles team das war unser platz nummer drei unser werhase leggi leute kommen nun zu platz nummer vier also kandidat nummer vier ist ja kein ranking ihr stimmt ab am ende des videos das ist unser vierter kandidat kira bei ihm sehen wir schon einen fehler rang 50 geil aber kein w h vor dem namen er ist kein richtiger werhase was los mit ihr alle die kein w h vor dem namen haben macht das doch endlich leute er spielt eben ein fusionsteam sehen wir gegen ein generisches cyborg team bin ich sehr gespannt ich habe schon gesehen ich weiß ich habe schon vergessen inzwischen wir gehen rein in den kampf vierter kandidat vierter kandidat spielt am template anscheinend weil das bild zu groß ist unser kira los geht's eigentlich das war der hier die aufnahme wie ihr seht ist es nicht wirklich schön aber das ist egal es geht hier ums gameplay scheißegal wie die aufnahme aussieht gut abgewählt vom generischen super c17 kann nicht ausweichen keine ausweichenergie bei kugeta vorhanden wechsel drüber auf den roten vegeto der free to play ist by the way ich muss mal was trinken ich quatsch mich jetzt am wolf aber ich liebe sowas ich habe das in arena aufweiler schon gelebt sachen zu kommentieren und auch hier genauso sidestep sammeln energie setzt seine spezialfähigkeit ein super fähigkeiten wechsel jetzt noch rüber auf vegeto nein macht er nicht okay er bleibt hier mit diesem vegeto weil er hat den schaden weggetankt sozusagen der rote vegeto kann sich heilen jetzt wechselt rüber auf den lila vegeto geht hart ran zack hauptficklein gesetzt er steht millimeter vor dem gegen er kann nicht ausweichen und super c17 war es das schon mit super c17 wird das ein ko nein er überlebt mit 188.000 leben kann jetzt aber ausweichen er hat den schaden komplett ignoriert durch sein schutzschild von super c17 weg geht oder ist aber auch komplett scheiß egal er fliegt einfach durch auf den gegner durch seinen tipp schuss weicht hier aus den generischen super c3 sind nicht so gut gegen c13 gut gemacht vom generischen gelben cell der hat die fähigkeit dass er zwei mal einen gegner also einen verbündeten retten kann go geta ist aber dran geht in den super saiyajin und zeitgleich aktiviert er den rising rush das geht alter wie schnell also es ist einfach krass was ihr für eine reaktionsfähigkeit da draußen habt ihr merkt schon in diesem video ich krieg die fucking tür nicht zu ich bin so im hype so ein geiles gameplay von meiner community zu sehen alter grüße gehen raus an alle die hier mitmachen auch die die nicht im video sein konnten weil leider nur fünf rein können grüße gehen raus ne danke dafür ist einfach der hammer leute ihr seid der hammer leute komm weg mit dem sell zack rising rush back damit bam so es lebt nur noch der generische blaue c13 normaler angriff zack ja komper an komper an ja komper an was macht er jetzt fliegt in nein sammeln key fliegt hin tipp angriff zack rot die karte eingesetzt kies sammeln hinfliegen tipp angriff leider keine karte gezogen hauptfäger aktiviert er kann nicht ausweichen mit dem der mensch jetzt fressen müssen das sollte aber nicht so schlimm sein so eine gelbe karte wurde gesperrt ah ah gena weicht aus während er sein key auflädt sehr geil also nicht nur dass der gena keine ausweichenergie nunmehr hat sondern da geht der eigene kuget hat auch nur mehr energie setzt eine richtig geile am spezial fähigkeiten fällt mir sehr gut dieser regen aus kies sozusagen wechselt darüber perfekt gemacht auf weg geht so der kann nämlich wie schon mal gesagt und die hauptfähigkeit finnisch dauern wenn nämlich einer der verbündeten angriffen wird und du auf wie geht so wechselt in einem strike attack da wird der kinder weggeschleuderte gesehen hat sehr sehr nice von kira war ein rangliste spieler punkt dazu bekommen gg unser platznummer und beziehungsweise unser kandidat nummer vier alter ich kann mich nicht entscheiden ich hoffe ihr könnt auch entscheiden ihr jetzt kommen noch zum fünften kandidaten so leute unser fünfter kandidat also nicht platz fünf das ist ja kein ranking leute jeder ist ja einfach der overhammer und ihr entscheidet gleich dann am ende wer der beste war wir sind jetzt hier w h laffi rang 50 grüße gehen raus so muss das sein w h vor dem namen und noch dazu rang 50 geil er spielt mit einem kino version saga team gegen einen brody team aber später auch mit einem kino version saga team wir gucken mal wir spulen vor gehen der welt noch aus und kampf geht los seid ihr bereit heute unser fünfter kandidat ist ein längeres video glaube ich aber es ist ziemlich geil unser verteidiger er startet also mit dem verteidiger goku selbst wenn es trifft scheißegal so viel damage wird es nicht goku wie gesagt ist ein guter verteidiger so gelbe goku ist am start goku gohan und fängt aber ein damage rauszudrücken hin fliegen ki laden auf bojack wechseln hin fliegen hauptfähigkeit einsetzen schlagangriff also hier geht's ab ne hättest du da hin fliegen sidestep blast attack hin fliegen ki laden strike attack hin fliegen sidestep ne doch er macht was anderes oh da ich hab gedacht das jetzt noch die gelbe karte ein was los hier dachte du hältst das bei ok wechselt auf gohan um den gegner weg zu schubsen rennt dann mit einem strike attack in sein face geht in super sergeant 2 um den gegner nochmal weg zu schubsen das ist so richtig gemein von unserem gohan hauptfeger eingesetzt spezialeingriff war es das schon für den ne brody lebt noch brody lebt leute der legendäre super sergeant oh sehr schnell gewechselt auf verteidiger goku fast gar nicht mitbekommen oh gut der damage geht raus und das war's mit dem brody er hat natürlich noch zwei brody so ist er nicht es ist so geil wenn er gegen ein komplexes brody team spielt goku macht die genki damas saugt sie in sich ein geht wieder einen zentimeter auf den gegner ran und drückt brody so richtig hart rein natürlich nicht viel damage elementar nachteil goku ist grün brody's violett ist kacke aber ihr seht ihr seht es ist einfach geil wie der verteidigt das ist auch so geil von bojack schleudert goku jetzt einfach auf den gegner hin oh da hat er es verkackt da hat er es verkackt aber kein problem hat noch auswahlenergie gut gemacht vom generischen brody ist einfach durch sein keyblast durch geflogen überhaupt kein problem wechsel dann nicht auf gohan wundern mich ein bisschen sogar hätte ich jetzt schon gedacht oh kann ausweichen ja ausgewichen dem rising rush haha was wir ein bisschen verwirrt warum er selbst kein rising rush einsetzt er könnte schon lange eins zünden will aber nicht vielleicht werden gehen auch ohne besiegen alter alter er macht mich fertig ne gut weggeschleudert zack ins face aber gohan hat noch ein bisschen verteidigung übrig ja gut hingeflogen das könnte es gewesen sein hinfliegen sidestep hinfliegen keyladen drauf alter hat aber zwischen noch ein normaler tipp angriff auch noch ein ich kriege die tür nicht zu guckt euch das an der gegner ist komplett im arsch er kann nix machen hauptfähigkeit eingesetzt nächste strike attack als wir da hinfliegen und in einem reindrücken oder ja er drückte meine rein lädt das key gehen er kann leider auf brody wechseln und brody hat am anfang keinen elementarnachteil deswegen war es jetzt nicht so viel damage oh rising rush eingesetzt perfekt gemacht um den gegner jetzt ein bisschen abzulenken sozusagen leider hat es mit der grünen karte nicht funktioniert sonst war es ziemlich geil kann man nicht drüber meckern oh gegner setzt jetzt mal zum gegenangriff an ist der generische brody nun erwacht ja erwachender kampfantrieb steht da brody is ready gott was geht hier ab leute was geht hier ab schreit ihr an oh gut damage aber wie gesagt guckt euch an ne goku elementarnachteil trotzdem mehr krass verteidigt ne da kannst du nicht meckern hinfliegen und wieder key geladen ah wechselt wieder auf den grünen brody was wird er jetzt machen oh verkackt verkackt wird er jetzt bojack einsetzen ja auf jeden fall um nämlich den goku wieder weg zu schubsen in den gegner rein und jetzt kann er die hauptfähigkeit benutzen von bojack den spezialangriff meine ich zack drauf und nächster brody down ein brody hat der gegner noch lila brody gegen bojack sieht verdammt lustig aus weil beide so fette große ebenwürdige verwandelnde gegner sind guter damage geht aber aus vom lila brody muss man so sagen ne der damage ist real ne der ist real leute ne zack ausgewählten sehr gut gemacht strike attack geht drauf von bojack hinfliegen oh guu angewechselt ok hinfliegen key laden nächsten strike attack drauf und noch normalen angriff zwischendurch gegner bewegungsunfähig er kann nix machen blast attack und geht merkt man dass ich da bock drauf hab eigentlich merkt man schon oder merkt man dass ich mir das richtig hart spaß macht und es war ein ranglistenkampf obla es war ein ranglistenkampf haben wir hier noch mal gesehen perfekt rang 50 alter grüße gehen raus an unser ich hab den namen vergessen laffi nein war auch nicht ich hab den namen doch laffi w h laffi grüße gehen raus unser fünfter kaitat meine fresse leute ihr müsst uns aber nun entscheiden wer hat das ganze gewonnen leute wer wird hier am ende da stehen ähm mit ich zeig mal ganz kurz noch mal was so cool aussieht mit diesem siegzeichen hier ist es unser kandidat nummer eins kilua kandidat nummer zwei mezzo kandidat nummer drei legi kandidat nummer vier kira oder kandidat was ich mir jetzt aufschreiben muss nummer fünf laffi ne ihr müsst entscheiden jetzt rechts oben erscheint ein i da drückst du einfach drauf dann kannst du abstimmen 1 2 3 4 oder 5 ich werde auch die namen hinschreiben also kilua mezzo legi kira laffi wenn du jetzt meinst oh scheiße ich weiß gar nicht wie der erste gespielt hat einfach im video zurückspringen und dann kannst du den ersten kampf nochmal angucken Leute ich bin einfach nur begeistert von der wehrhasen community power ich will fucking nochmal scheiß turniere alter dragon ball legends krieg ist endlich auf die reihe dass wir kämpfe zugucken können das ist nicht schwer ja Leute wenn euch dieses video gefallen hat Alter ich brauche jetzt erstmal einen schnaps glaube ich lasst gerne einen daumen nach oben da und ja stimmt ab wer war der krasseste von wem können wir am meisten lernen und wer wird mit mir gemeinsam ein video machen wenn es bei ihm klappt Leute jetzt auf der endkarte noch weitere geile videos einfach drauf drücken spaß haben abonnieren nicht vergessen und tschau und wir kommen im Untertitelung des ZDF für funk, 2017